so nehmen wir mal die runde auch auf dann haben wir für morgen genug stellung nimm die stellung ein 250 punkte zum sieg alter habe ich mich erschreckt alter die kämpfen da schon an der stellung ich hab schon gesehen ich wurde direkt weg geholt mit einem headshot wir haben die stellung verloren wir verlieren diesen kampf die stellung wurde gesichert wir sind vorbeigezogen feind ausgeschaltet waren direkt drei leute weg geholt die vierte morgen bereit Oha. Das war haut auf mich. Ich finde, diesen Explosivbogen finde ich so geil. Die Stellung verloren. Ah moin, erstmal weggeballt uns wieder. Stellung gesichert. Brennt meine Kinder, brennt. Ich habe gar keinen Gegner bis jetzt gefunden gefühlt. Der Gefechtsbogen kann ich dir nur empfehlen, ich weiß. Aua. Aua. Ah, wie seh die. Ah, hinter die spawnen die einfach. Stellung verloren. Das ist so dumm, dass die direkt hinter mir spawnen. Wenn ich gespawnt werde. Misionszeit abklaut. Rolf. Warum schießt das eine andere Waffe? 1. Hör. Stellung wurde gesichert. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Fünf erledigt. Stellung identifiziert. Feinde haben die Stellung erobert. Fünf erledigt. Was ist hier wohl? Verstetige Abschluss Stellung gesichert. Stellung verloren. Stellung. Nein. Fuck. Es lief so gut, man. Oh. Der Typ mit seinen... Guck dir das an, was der macht. Mit Rotpunkt auch noch. Wie kann man so dreckige Camper sein? Alter, in diese... Ich check's nicht. Das ist auch nicht. Haben die Stellung verloren. Stellung identifiziert. Stellung gesichert. Aber ich denke, wir sollten das gewonnen haben. Oh wow. Oh. Oh. Stellung umkämpft. Stellung wird umkämpft. Haben die Stellung verloren. Stellung gesichert. Uh. Zwei Headshots, Digga. Schöne Turnhorns. Da ist nochmal ein Double Kill. Nö. Dreck Shotgun. Ist natürlich One-Hit auf Close-Range. Warum auch nicht. Uh. Das ist ein 9er-K. ja 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 das wäre so gut gewesen ja 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 oh der wallbang der wallbang ich hab den einfach 1 geschossen oh lieb du hast was verpasst ich habe den wallbang seines lebens verpasst ich habe den wallbang seines Lebens verpasst Natürlich kommst du von hinten und dann wie schrecklich dein aim auch noch ist. mein gott ja ich hab nur mit nades zugeworfen. kg Nice Hack Bro Hat der mich gehört? Ja, vielleicht hat er mich gehört Nice Ich war 128 Sekunden auf Verstellung Ah nice Headshot Nice Und dann, was war da noch? Noch einer, wahrscheinlich 2 sogar noch Nice Stimmt, da mal Leicht Ich war einfach 2 Minuten vom Game an Oder Stellung Gar kein Leben Das hat Spaß gemacht Mhm Die Stellung Gut, hoffe die Folge hat euch Spaß gemacht, nein Spaß wir machen Noch eine Runde Was hast du eigentlich für einen Operator? Äh Das war Das war Das war der Dings Der vierte von links Brawler Von Nato Von Nato Von Nato Von Nato Von Nato Verbundene Waffen Oh Widerstellung Widerstellung In unserem Team In unserem Team Krass Wie kriegt man die eigentlich auf Gold Oh Keine Ahnung Muss ich gleich mal schauen So Nicaragua Mittelamerika Let's go man Oh 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 Hinter mir, oh im Hangar im Hangar Oh Was ist das für eine geile Karte? Wie mich das an Far Cry erinnert, ne? Wo man die Plantagen abfackeln müsste Oh Oh Ichal Wow. Oh, krass. Gefechtsbogen bereit. Was? Wie kann der nicht tot sein? Ich hab ihn getroffen. Ja, von rechts. Die Runde läuft nicht so gut bei mir. Da kriegen wir noch hin. Wir müssen halt immer Stellung hin. Ach, Mann. Oh, Mann. Der wirft halt voll die Kobe-Nade, Alter. Und die trifft mich. Ist klar. Wen auch sonst was. Na. Oh. Ja, brauchst du mir nicht zeigen, wie der Typ dreckig am Campen ist. Diese Kill-Camps immer. Feindliche Spionageabwehrflugzeug im Anfluss. Der Fall hat die Stürmer. Feind erledigt. Ah. Spionageflugzeugeinsatz starten. Entschuldigen Sie. Aus dem Flugzeug in der Luft. Derräger fassen sie. Still amirmutkäpft. Missionszeit ist Spionageflugzeugein. Ach, Mann. Abwärter. Oh, Mann. Wie lange abwärten es? Alles вниз. wie stellung verloren oh mein gott der hier sind nur granaten ich habe bis jetzt nicht einmal in dem game die granate geworfen und erholt uns alle drei ich werfe jetzt auch granaten vielleicht treffe ich da jemanden ach man von vorne von hinten von überall kommen sie richtig hardcore hat alle geholt wieder napalm heute und Stellung gesichert. Feindliche Spionageflugzeuge im Anflug. Klagepflicht. Mehrere feindliche Spionageabwehrflugzeuge im Anflug. Aber sieht gut für uns aus. Nooo. Sieht nicht gut aus, wenn wir nicht dranbleiben. Ja, wow. Der Typ mit seinem Napalmangriff. Nein. Nein. Du schießt, du Arschloch. Stellung gesichert. Oh. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Stellung wurde gesichert. Stellung wurde gesichert. Feindliche Napalmangriff im Anflug. Ach, Mann. Oh, Gott. Das ist so ekelhaft. Wie viel mal will der noch ein Napalmangriff machen? Alle zwei Minuten? Leb die Erde. Das ist so. Oh, das wäre so ein schöner Turnaround. Oh, ich habe den sogar bekommen. Das ist so. Ah, ist es. Alter. Das macht überhaupt keinen Spaß auf der Map. Ja. Scheiß Napalm. Und dann campen die auch noch so, weißt du? Ja. Feindliche Spionage auf der Flugzeug ist in der Luft. Oh mein Gott. Der ist immer noch am Fenster. Ja. Feinde haben die Stellung erobert. Da. Oh. Oh. Erbitte Spionageflug vergeinsam. Der Feind wir uns. Werfe Betäubungsgranate. Wir verlieren. Wir haben geworfen. Feindliche Spionageflugzeug über euch in Position. Wir führen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also. D-Rub ist wirklich scheiße. Muss man sagen. T-Mobile ist behindert. Ja. Was war das denn? Der ist knapp, ne? Nice. Ja. Nice. Oh mein Gott. Zu knapp gewonnen, ne? Zwei Punkte, alter. Der ist krass. Bei uns. Ja. Der ist krass. Der war die krass. Oder was? Ja. Weil der kurz vor dem Tod noch einen geholt hat. Lächerlich. Ich habe eben vier Leute geholt. Ich habe eben auch drei Leute geholt. Der bekommt einfach die krass. Holy shit. gut leute das war es mit dem video ich hoffe das ganze neue projekt gefällt euch wenn ja abonnieren nicht vergessen haut rein